hallo zusammen heute möchte ich ein neues projekt von mir vorstellen eine pfeilröhre für den transport auf dem parkour oder auf dem turnier wie auch immer das ist für geeignet für sechs bis zehn pfeile ungefähr durchmesser dieser röhre ist 70 mm die länge ist dann eben variabel und wird dann angepasst zwei dinge also öffnen tut man das indem man es einfach hochzieht da ist ein gummi dran befestigt dass man die kappe nicht verliert pfeile raus und rein tun genau auf zwei sachen möchte ich aufmerksam machen zumal einen mal im unteren bereich damit das beim transport und beim gehen nicht so klappert nicht so laut ist habe ich ihnen eine rohrbürste eingesetzt man hört es ist recht leise genau und im oberen bereich zum einen mal damit man das in der in der höhe hier und dann in der anpassung am rücken gut verstellen kann ist hier ein clip angebracht man zieht nur an dem clip und kann das dann einfach umhängen oder man zieht hier und kann es dann wieder befestigen so dass die rückenhöhe dementsprechend auch angepasst werden kann genau soweit und dann wünsche ich noch einen schönen tag und viel spaß beim anschauen so so Untertitelung des ZDF, 2020